Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und das Wichtigste direkt vorweg. Das neue Kingdom Hearts Video, das wahrscheinlich an die drei Stunden lang gehen wird, ist jetzt im Schnitt. Es kommt bald. Bald kommt neuer Kingdom Hearts Content, der fast drei Stunden lang sein wird. Also, chillt! So, und da das jetzt aus der Welt geschafft ist und ich euch das jetzt gesagt habe, können wir uns dem widmen, was wir heute eigentlich machen möchten. Es geht nicht um Kingdom Hearts, aber es geht um Disney und Disney ist ja ein Teil von Kingdom Hearts und deswegen packe ich das auch in den Hauptkanal und nicht auf den Zweitkanal von mir. Denn es geht heute um etwas, wo ich die letzten Tage, Wochen völlig von besessen bin. Es geht heute um Disney-Lore-Kana. Submit! Okay, was ist überhaupt Disney-Lore-Kana? Lor-Kana ist ein neues Trading Card Game oder kurz TCG von Ravensburger, das sich komplett um Disney dreht. Um Disney-Charaktere, um Disney-Filme und so weiter und so fort. Und weswegen ich darauf so steil gehe, ist zum einen, dass jede einzelne Lor-Kana-Karte von irgendeinem Disney-Charakter oder einem Gegenstand oder was auch immer, dass die alle komplett neue Artworks haben. Guckt euch zum Beispiel diesen Captain Hook an. Das ist ein komplett neues Artwork. Dieses Bild von Captain Hook gab es bisher noch nie. Es gibt zum Beispiel auch so Trading Card Games mittlerweile über Final Fantasy oder so. Aber was ich daran total schade finde, ist einfach, dass die da einfach die Artworks, die es schon gibt, wie ich finde, sehr plumm auf die Karten klatschen und sie sich gefühlt überhaupt keinen neuen Aufwand machen. Aber jede einzelne Lor-Kana-Karte, die es gibt, hat komplett neue Disney-Artworks und hat komplett neue Disney-Ideen für Charaktere teilweise. Zum Beispiel hier dieser Herkules. Das ist Herkules aus dem Disney-Film Herkules, aber wie ihr seht, er hat ein anderes Design. Er hat diesen Löwenpelz, der übrigens gar ist, das ist ein Easter Egg im Herkules-Film. Er hat so einen krassen goldenen Schild und er hat irgendwie so einen Handschuh oder, ja, seine Faust. Da zucken so Donnerblitze, was auch immer, Elektrizität drumherum. Und es sieht mega, 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 mega cool und fresh aus. Oder hier dieser Mickey zum Beispiel. Da seht ihr, dass es natürlich Mickey Mouse ist, aber er ist so eine Art Inspector Gadget. Ja, Mickey ist hier ein Detektiv und das ist auch ein komplett neues Mickey-Design, das es, soweit ich weiß, vorher noch nie gab. Und das ist das, was mich da tatsächlich am meisten triggert und was ich mit am coolsten finde. Weil einfach das, dieser neugedachte Crossover-Gedanke, dieses so ein bisschen What-If, was da so mit reinkommt, was ich auch an Kingdom Hearts so liebe, finde ich auch in diesem Kartenspiel wieder. Und das finde ich mega cool. Was ich außerdem richtig nice finde, dass es im Vergleich zum Beispiel wie Yu-Gi-Oh! oder Pokémon oder andere Trading Card Games, die es da draußen so gibt, nicht zwingend darum geht, euren Gegner komplett links und rechts fertig zu machen. Ihr könnt das auch total passiv oder halt einfach nicht besonders aggressiv spielen, dieses Spiel. Und ihr könnt das Spiel auch immer mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen. Ihr müsst das nicht immer nur eins gegen eins spielen. Und auch das finde ich super, super, super cool. Als jemand, der jahrelang Yu-Gi-Oh! spielt und einfach dem Ganzen so ein bisschen müde geworden ist, weil es bei Yu-Gi-Oh! irgendwie mittlerweile nur noch darum geht, wer als erster anfängt, spielt sein gesamtes Deck aus und der Gegner kann nichts mehr machen. Und selbst wenn er dran ist, dann kommen irgendwelche Handtraps, die dich nur stören und dir immer quasi Stöcke zwischen die Beine werfen und du kannst nichts machen. Und im Endeffekt sind Yu-Gi-Oh!-Duelle für mich gefühlt mittlerweile nur noch so, wer am Anfang bei Schnick, Schnack, Schnuck gewinnt und nicht, wer das bessere Kartendeck hat. Weil wenn du das Competitive spielst, du sowieso die Ultrakarten hast, die alles weghauen und das macht irgendwie keinen richtigen Spaß mehr aktuell, zumindest für mich. Aber Lokana ist da anders. Das ist rein vom Spielgefühl. Falls ihr Magic kennt, also Magic the Gathering, dann spielt es sich mehr so wie Magic als zum Beispiel Yu-Gi-Oh! oder Pokémon. Aber es ist vor allem nicht so super schnell. Es ist nicht so, ah, ich störe den Gegner nonstop. Und es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, dass egal was man macht, der Gegner einen daran hindert, überhaupt seine Karten ausspielen zu können. Es ist wirklich ein normales Hin und Her und so weiter und so fort. Und wie gesagt, es geht gar nicht prinzipiell darum, den Gegner komplett fertig zu machen. Es geht eigentlich darum, dass ihr selber eure Lore-Punkte sammelt. Es ist natürlich für mich von Vorteil, wenn ich zum Beispiel Charaktere von meinem Gegner besiege, damit er nicht selber so viele Lore-Punkte sammeln kann. Aber im Prinzip muss ich ihn kein einziges Mal angreifen, um zu gewinnen. Und das ist jetzt nicht irgendwie so ein seltsames Fun-Deck, was man sich vielleicht bei anderen Kartenspielen zusammenbauen kann und den Gegner damit überrascht, wo man Sachen ausnutzt, die normalerweise in der Synergie so gar nicht gedacht sind. Nee, das ist einfach valide für Lorcaner selbst. Das Spiel ist so gebaut, dass ihr nicht komplett aggressiv sein müsst. Und das finde ich super nice. So, wie fängt man jetzt aber an, Lorcaner zu spielen? Dafür besorgt ihr euch am besten solch ein Starter-Deck. Und ja, viel Glück dabei, die zu finden. Der Hype zu Lorcaner ist aktuell mega groß. Und die Karten sind überall krass vergriffen. Das ist heftig. Aber es soll Anfang nächsten Jahres Nachdrucke geben. Ich glaube, dann entspannt sich das Ganze. Falls ihr noch nie so ein Starter-Deck gesehen habt, I got your back. Wir machen jetzt genau dieses Starter-Deck auf. Und wie gesagt, ich bin aktuell besessen von Lorcaner. Ich bin komplett eingestiegen. Ich habe nicht nur das Starter-Deck. Ich habe natürlich auch noch die beiden anderen Starter-Decks mir besorgt. Die habe ich aber natürlich schon aufgemacht. Es gibt jede Menge Zubehör hier. Es gibt auch solche Sammelmappen. Die habe ich übrigens auch noch nicht aufgemacht. Hier solche Sammelmappen, wo ihr dann entsprechend eure Karten aufbewahren könnt, die ihr nicht in eurem Deck habt. Das kennt ihr sicherlich, wenn ihr schon mal irgendwelche anderen Trading Cuts gesammelt habt oder von früher Pokémon-Karten oder sowas. Dann habt ihr da Platz, um die Karten dann entsprechend reinzumachen. Solche Alben gibt es natürlich auch. Und ich bin so krass im Hype. Und ich finde die Art wirks einfach so schön. Ich könnte mir sogar einfach vorstellen, dass ich in Lorcaner, falls ich nicht so viele Leute in meinem Umfeld finde, in meiner Umgebung, die das mit mir spielen, könnte ich mir sogar auch vorstellen, die Karten einfach nur vielleicht zu sammeln. Und deswegen habe ich mir natürlich auch ein ganzes verdammtes Display geholt. Und auch dieses Display packen wir jetzt gemeinsam aus. Und wir schauen uns mal an, was für coole Disney-Artworks und Karten wir hier drin finden. So, fangen wir an. Und falls ihr euch fragt, ja, diese Deckmatte, die habe ich mir extra für Lorcaner selber gemacht. Das habe ich selber designt. Das sind alles offizielle Artworks, entweder von Umura oder von Disney selbst. So, soweit ich weiß. Jetzt packen wir aber erstmal dieses Starter-Deck aus. Das ist das Starter-Deck, ich weiß gar nicht, ob es einen Namen hat. Es hat aber auf jeden Fall die Farben Smaragd und Rubin. Ja, das könnt ihr hier sehen. Und das ist wichtig, weil so ein Kartendeck in Lorcaner besteht aus mindestens 60 Karten. Soweit ich weiß, gibt es bisher noch keine Luft, also keine Begrenzung nach oben. Ihr habt unendlich Luft nach oben quasi. Aber ihr dürft immer nur zwei Farben gleichzeitig in einem Deck spielen. Ihr könnt natürlich auch nur eine Farbe spielen, aber ihr dürftet jetzt zum Beispiel nicht sagen, hey, ich habe ein Deck und da mache ich rein Grün, Rot und Violett. Das würde nicht gehen. Ihr könnt aber natürlich sagen, hey, ich nehme Violett und Rot oder ich nehme Bernstein und Smaragd. Das geht. Null Problemo. Aber ihr dürft nicht mehr als zwei Farben gleichzeitig in eurem Deck haben. Und dementsprechend sind diese Kartendecks halt auch aufgebaut hier. Also, da kommt zum Vorschein. Zum einen habt ihr hier natürlich das eigentliche Kartendeck. Das gucken wir uns gleich an. Dann habt ihr ein Boosterpack mit dabei, um euch richtig anzufixen für die Gacha-Mechanik. Dann habt ihr hier so einen Schnellstart-Guide, wo euch nochmal erklärt wird, wie das Spiel in seinen Grundzügen gespielt wird. Und es ist wirklich sehr, sehr einfach zu lernen. Das geht ruckzuck. Jeder kann das lernen. Auch Kinder können das lernen ohne Probleme. Und ich glaube, das finde ich auch so cool, weil man halt relativ schnell einfach drauf losspielen kann. Dann habt ihr hier so ein kleines Spielfeld. Könnt ihr da hinlegen, wie ihr wollt, je nachdem, ob ihr links oder rechts spielen wollt. Und da würde dann hier das Deck hinkommen, hier der Ablagestapel, hier eure Karten, die im Spiel sind und da die Karten, die in eurem Tintenvorrat sind. Und hier seht ihr entsprechend diese Legenden, die müsst ihr sammeln im Spiel. Also ich hatte ja vorhin gesagt, es geht nicht darum, den Gegner fertig zu machen. Es geht eigentlich darum, selber Legenden zu sammeln. Und dafür habt ihr hier dieses Ding zum Ausdrücken, zum Ausstanzen mit. Das ist euer Legendenzähler. Das heißt, immer wenn ihr eine Legende gesammelt habt, geht ihr weiter. Ihr fangt an bei 0, geht dann auf 1, 2, bis ihr halt 20 habt. Wenn ihr 20 Legenden habt, habt ihr das Spiel gewonnen. Vollkommen egal, was der Gegner da auf dem Spielfeld hat. Dann habt ihr das Spiel gewonnen. Oder wenn ihr keine Karten mehr ziehen könnt. Aber das ist irgendwie logisch. Diese Dinger hier, die könnt ihr auch nochmal ausstanzen, wenn ihr das wollt. Das sind so Schadensmarkierungen, um zu zeigen, dass ein Charakter Schaden genommen hat. Ich nehme dafür aber lieber Würfel, weil ich finde das sonst zu fummelig, die ganze Zeit diese Plättchen hier zu haben. Aber kommen wir zum Deck. Zum Deck, zum eigentlichen Herz dieses Spiels, den Karten. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was da drin ist jetzt. Ich habe so Butterbrotpapier eingepackt. So. Und wir schauen uns mal an, was hier drinnen ist. Da haben wir zum einen Mal Aladin als Prinz Ali. Ihr wisst schon. Prinz Ali. Das war wahrscheinlich der falsche Text, aber egal. So, Prinz Ali haben wir einmal, haben wir zweimal. Dann haben wir Cruella de Vil. Miserabel wie immer. Dann haben wir Aladin, heldenhafter Bandit. Auch das finde ich wieder sehr cool, weil ihr seht, zum einen, das ist eine Holokarte, die mit dabei ist. Also die glitzert so ein bisschen. Ähm, und auch dieses Artwork von Aladin ist, meine ich, keines, was wir schon mal gesehen haben. Also er ist halt wirklich so eine Art, ja, Wüstenbandit. So hat man ihn bisher, glaube ich, offiziell noch nicht gesehen. Wobei es könnte sein, dass er im dritten Teil vielleicht so eh nicht angezogen war. Allerdings der König der Diebe, aber ich bin mir grad nicht sicher. Herzog von Pitzbühel. Ja, das ist halt auch so cool. Du hast halt so diverse Nebencharaktere immer da drinnen. Ja, die halt auch valide Karten sind in dem Spiel. Einfach der Typ, der dabei Frozen, ähm, da Stunk macht. Als Elsa nicht das macht, was er, ja, wie es ihm gefällt so. Finde ich cool, dass der auch einfach so eine Charakterkarte ist, ja. Ja, Horace. Wer ist Horace? Nichts nütziger Halunke. Alter, aus welchem Film ist Horace? Wisst ihr das? Mir fällt gerade wirklich nicht ein, aus welchem Film Horace ist. Ist das von Bernhard und Bianca oder so? Ich weiß es echt nicht. Wo ist Horace her? Ist der von Aristocats? Keine Ahnung. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich weiß nicht, wer Horace ist. Iago. Hier haben wir Iago, den großmäuligen Papagei, ja. Iago, auch sehr cool. Den kennen wir natürlich alle, aber auch das wieder. Ein neues Artwork von Iago, was es so bisher noch nicht gab. Jasper, gewöhnlicher Ganova. Ich glaube, der ist von 101 Dalmatiner, oder? Ah, ist da vielleicht auch hier der Horace von? Sind das die beiden, sind das die beiden, ja, Gehilfen von Cruella de Vil? Das könnte sein, ne? Aber ich glaube, der ist von 101 Dalmatiner. Ich habe den Film aber schon lange nicht mehr gesehen. Muss ich mir mal wieder angucken. Einmal, zweimal. Da haben wir den verrückten Hutmacher von Alice im Wunderland. Auch sehr schönes Artwork, noch detailliertes Artwork, wie ich finde, ja. Einmal, zweimal, dreimal. Ihr dürft übrigens jede Karte bis zu viermal im Deck haben. Ja, viermal dürft ihr sie im Deck haben. Es gibt bisher noch keine Bannliste oder irgendwas. Wird es wahrscheinlich mit der Zeit auch irgendwann geben, aber jetzt noch nicht. Meg hält die Fäden in der Hand. Auch das, ein neues Artwork von Megara. Haben wir so noch nicht gesehen. Mit dieser kleinen Herkules-Puppe, Puppenspielermäßig. Passt ja auch, weil sie ihn im Film so ein bisschen manipuliert. Sehr schön, sehr cool. Oh, guckt mal hier. Mickey aus Steamboat Willie. Wobei, ein bisschen komisch, dass sie den Hintergrund eingefärbt haben und nur Mickey in schwarz und weiß ist. Aber jeder von euch, der King of Hearts 2 gespielt hat, weiß natürlich auch, oder kennt natürlich auch diesen Mickey. Der Ursprungs-Micky aus dem allerersten Mickey Mouse Cartoon. Ja, auf seinem Dampfschiff. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Eins, zwei, dreimal. Peter Pan haben wir hier. Und auch hier, guckt mal, das ist auch wieder ein Peter Pan Artwork, das ich so bisher noch nie gesehen habe. Ja. Hat so ein bisschen mehr Verzierungen, sieht ein bisschen mehr aus wie ein tatsächliches, wie tatsächliche Kleidung. Nicht nur wie so eine komische grüne Tunik. Es sieht mehr aus wie tatsächliche Kleidung. Und ich glaube, sein Messer oder sein Säbel ist auch ein bisschen länger. Gefällt mir. Finde ich sehr cool. Sieht halt so aus, als wäre Peter Pan irgendwie ein Pokémon und hätte sich weiterentwickelt. Und das wäre seine nächste Evolutionsstufe. Das fände ich halt so cool an diesem ganzen Kartenspiel. Mutter weiß mehr. Ah, guckt mal hier, das ist auch interessant. Das ist jetzt eine Liederkarte. Ich könnte gleich euch nochmal erklären, welche Karten es gibt. Das mache ich vielleicht auch nochmal. Aber hier sehen wir zum Beispiel so eine Liederkarte. Hiermit ist tatsächlich das tatsächliche Lied aus dem Film gemeint. Und Charaktere im Kartenspiel können diese Lieder dann auch singen. Und das hat dann halt entsprechend Effekte. Und natürlich, wenn ihr das ernst nehmt, müsst ihr das Lied auch selber mitsingen. Wenn ihr das ernst nehmt, müsst ihr das Lied selber mitsingen, wenn ihr das Spiel spielt. So, Stampede oder Stampede. Oh nein, wir wissen alle, das ist hier, ja. Trauma-inducing Scene mit Mufasa. Nimm von den Reichen. Das ist, glaube ich, eine Anspielung auf Robin Hood. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Grauenhafter Verrat. Lange lebe der König. Ja, kennen wir auch alle die Szene. Gestohlener Säbel. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das wird wahrscheinlich irgendwas von Aladin sein. Aladin, Straßenjunge. Normale Aladin-Karte. Ja, guck mal, so kennen wir Aladin. Das ist sein normales Outfit. Ja, ich höre ihn förmlich rufen. Ich komme! Ja, der gute alte Aladin. So kennen wir ihn. Aber, wie gesagt, neues Artwork. Kapitän, Colonel's Leutnant. Wessen Pferd ist das? Bellophon-Anruf. Es ist Alarm. Melden Sie sich sofort beim Colonel. Hier unten habt ihr auch immer so Zitate aus den Disney-Filmen, was ich auch sehr cool finde. Ich glaube, der ist auch entweder... Ich glaube, der ist von 101 Dermatina, ne? Entweder das oder von Tim und Struppi vielleicht. Äh, nicht Tim und Struppi. Susi und Strolch? Tim und Struppi ist nicht Disney. Susi und Strolch vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Aber diese ganz alten Disney-Filme habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Muss ich mal wieder machen. Donald, ha, aufbrausender Vogel. Ja, natürlich ist er kein Heiler. Natürlich ist Donald wieder komplett auf Krawall gebürstet. Wer hätte es gedacht, ja? Wen nennst du hier aufbrausend, Freundchen? Ja, dich, Donald. Verdammter Donald. Lefou. Als Anstifter. Natürlich aus Die Schöne und das Biest. Der, ja, Scherge, Gehilfe von Gaston. Pongo. Alter Gauna. Okay, jetzt haben wir Pongo aus 101 Dermatina. Dann sind die anderen Karten, die hier drin sind, zusammen mit Cruella de Vil, sicherlich auch aus dem Film. Dann muss das so sein. Weil die sind schon so ein bisschen aufeinander abgestimmt. Ihr seht halt, es sind trotzdem ein paar mehr Aladin-Karten und ein paar mehr 101 Dermatina-Karten, weil die ja auch oben auf dem Deck drauf waren. Oh, Rapunzel. Und auch hier, guckt mal, Rapunzel mit ihrem langen Haar, mit ihrem langen goldenen Haar. Aber sie hat ein anderes Outfit an. Es ist kein normales Kleid. Es ist mehr so eine Abenteuer-Kluft, so eine Tunika. Sieht aus, als wäre sie bereit zu kämpfen. Finde ich nice. So, das sind so Sachen, die ich normalerweise eher so in Kingdom Hearts mir wünschen würde. Dass auch die Charaktere in dem Kontext der Kingdom Hearts-Spiele vielleicht noch ein bisschen mehr angepasst werden. Was aber bis dato leider nicht passiert. Aber hier in diesem Kartenspiel passiert das und das finde ich super nice halt. Dreimal. Oh, Ska. Guckt mal, das ist cool. Und das ist auch das perfekte Beispiel für das, was ich gerade gesagt habe. Ska, hitzköpfiger Thronräuber. Und das ist so nice, weil es ist halt einfach, es ist einfach ein neues Design. Er sieht aus wie so ein Feuer-Dämon oder sowas. Das finde ich mega cool. So hätte sein Herzloser in Kingdom Hearts 2 aussehen sollen, meiner Meinung nach. Das wäre cooler gewesen, als das, was wir wirklich im Spiel hatten. Aber also guckt ihn euch an. Ich finde das total nice. Ich finde das mega nice. Sergeant Tips. Auch ein neues Artwork. Stitch. Da grinst er noch ganz böse. Der gute kleine Stitch. Drachenfeuer von Malefiz. Eine Aktionskarte. Auch sehr cool. Er hat ein Schwert. Achtung, der Affe hat ein Schwert. Nein. Nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht vor den Affen. Der Affe hat ein Schwert. Sehr cool. Auch ein neues Artwork von Abu. Finde ich super cool. Schild der Tugend noch zweimal. Und das war's. Das ist das Deck. Und ich erkläre euch jetzt am besten mal, was es für Karten genau gibt. Also zum einen gibt es natürlich die Charakterkarten. Und das sind auch die wichtigsten Karten im Spiel. Das ist immer ein Disney-Charakter, den ihr halt quasi, wenn ihr das von Yu-Gi-Oh! oder von Magic kennt, als Monster oder als Kreatur auf das Spielfeld ruft. Das ist obviously das Kartenbild. Hier seht ihr die Farbe der Karte. Das ist eine grüne Karte. Hier seht ihr ihre Stärke. Ihre Verteidigung. Ihren Effekt, falls sie einen hat. Ein Zitat. Und wie viel Tinte oder wie viel Lore sie sammeln kann. Und hier oben seht ihr noch ihre Kosten. Das heißt, wenn ich die jetzt ausspielen würde, dann könnte sie mit 1 angreifen, könnte sich mit 3 verteidigen, könnte eine einzige Tinte sammeln. Und sie hat den Effekt, das wird euch noch leid tun, wenn dieser Charakter durch eine Herausforderung verbannt wird, darfst du einen Charakter deiner Wahl zurück auf die zugehörige Hand schicken. Das heißt, deswegen ist die auch Holo. Das ist ein ziemlich guter Effekt. Wenn die besiegt wird, dann kann ich irgendeine andere Karte vom Spielfeld zurück auf die Hand geben. Das ist ein guter Effekt. Dann gibt es Aktionskarten. Die werden einmal ausgespielt und dann sind die einmal benutzt und dann sind sie weg. Hier sehen wir auch wieder die Kosten. Kostet 1. Die Farbe ist bei dem egal. Also die Karten ineinander. Die Farben sind sowieso bislang noch egal, soweit ich weiß. Ich habe noch keine Karte gesehen, die gesagt hat, nur eine rote Karte oder eine grüne Karte oder sowas. Aber ihr dürft halt nur, wie gesagt, zwei verschiedene Farben in eurem Deck gleichzeitig spielen. Aber hier sieht man halt Kosten 1. Abu ist eine Aktion, wird einmal eingesetzt und ist sie weg. Und der Effekt ist, gib einen Charakter deiner Wahl in diesem Zug plus 2. Das heißt, ich kann in einer Runde ein einziges Mal, wenn ich diese Karte aktiviere, einen Charakter stärker machen. Dann haben wir hier Gegenstandskarten. Zum Beispiel den Schild der Tugend. Ja, der kostet auch wieder 1. Das Besondere bei Gegenständen ist aber, die bleiben auf dem Feld liegen, so wie Charakterkarten auch. Der hat jetzt hier den Effekt feuerfest. Ich muss erschöpfen. 3 Stärke. Mach einen Charakter deiner Wahl bereit. Er kann in diesem Zug nicht mehr erkunden. Aha. Das heißt, ich kann einem Charakter einfach, dadurch, dass ich die Karte einsetze, kann ich einen Charakter 3 Verteidigung dazugeben. Er kann aber in diesem Spielzug nicht mehr erkunden. Das heißt, damit kann ich zum Beispiel die Verteidigungspunkte eines Charakters boosten. Und ich kann das jede Runde immer wieder machen. Weil diese Karte bleibt liegen, so als wäre es eine Charakterkarte. Diese Aktionskarte, die wird nach dem Gebrauch sofort wieder weggeschickt. Die kommt dann raus. Die ist dann quasi auf dem Friedhof oder auf dem Ablagestapel. Aber die bleibt im Spiel. So, das hier ist eine Leaderkarte. Das ist auch eine Aktion. Das heißt, man setzt sie einmal ein und dann sind sie weg. Dann sind sie aufgebraucht. Aber das Besondere bei Leaderkarten ist, wenn ich einen Charakter habe, der zu dem Leader halt entsprechend passt, von den Werten her, dann kann ich auch den Charakter quasi das Lied singen lassen. In diesem Fall Mutter weiß mehr. Und hier steht auch drauf, du kannst einen Charakter, der 3 oder mehr kostet, erschöpfen, damit er dieses Lied kostenlos singt. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel diese Cruella de Ville Karte angucken, die ich hatte, die kostet nur 2. Sie könnte das nicht machen. Da müsste hier oben Kosten 3 stehen. Dann könnte sie dieses Lied auch singen. Kann sie in dem Fall aber nicht. Das heißt, ich muss meine normalen Ressourcen dafür benutzen, um diesen Karteneffekt einzusetzen. Und der sagt halt aus, schicke einen Charakter deiner Wahl auf die zugehörige Hand zurück. Das heißt, ich kann Karten von dem Spielfeld wieder zurückschicken. So, und zu den Kosten, ja. Ich habe ja gesagt vorhin, ihr müsst immer erschöpfen oder es kostet entsprechend was. Wenn ihr Karten habt, die hier oben so einen Kringel haben, dann heißt das, ihr könnt hier in euren Tintenvorrat packen. Ihr dürft einmal in jeder Runde, wenn ihr eine Karte auf der Hand habt, könnt ihr sagen, ich spiele die nicht aus. Nein, ich packe hier meinen Tintenvorrat. Dann ist die da mit drin und dann könnt ihr die immer benutzen. Die bleiben liegen, aber wenn sie benutzt werden in der Runde, werden die seitlich gedreht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Aktionskarte, den Abu spielen würde, wollen würde, der hat eine Eins. Das heißt, okay, ich muss einmal was von meinem Tintenvorrat benutzen. Würde ich sagen, ich benutze einen, drehe den so, dann darf ich die Aktionskarte spielen. Wenn die Runde vorbei ist und die nächste Runde beginnt, dann werden aber alle wieder entsprechend nach vorne gedreht, die ich verbraucht habe. Das heißt, ihr baut euch über das Spiel hinweg, baut euch einen Vorrat an Tinte auf, den ihr dann benutzen könnt, immer wieder mal ein oder zwei oder mal auch nur drei oder vier oder was auch immer, die ihr benutzt, um eure Karten dann entsprechend auszuspielen. Dann habt ihr natürlich solche mächtigeren Karten, wie zum Beispiel dieser Stitch. Der kostet ganze sechs Vorräte. Das heißt, ihr müsst schon ein bisschen was gesammelt haben, überhaupt spielen zu können. Aber Stitch ist sehr gut. Zum einen hat er vier Angriff, sechs Verteidigungen und der sammelt sogar dreimal Tinte. Der sammelt dreimal Lore. Und ich habe ja vorhin gesagt zu euch, es kommt darauf an, diese Lore-Punkte zu sammeln. Das ist das Ziel des Spiels. Das heißt, wenn ich Stitch einmal sage, ich benutze ihn jetzt in der Runde, dann kann ich ihn entweder eine andere Kreatur, einen anderen Charakter angreifen lassen oder ich sage, der soll auf eine Quest gehen und der soll mir entsprechend diese Legenden sammeln. Das heißt, ich würde den seitlich drehen und sage, du suchst mir jetzt bitte Legenden-Stitch und dann würde der mit einem Mal direkt drei Stück sammeln. Das heißt, das ist sehr gut, weil die meisten anderen Charaktere, wie zum Beispiel Donald hier, der sammelt halt entsprechend nur ein. Das heißt, entweder Karten sind dann gut, wenn sie besonders stark sind hier oder wenn sie halt besonders viel von dieser Tinte sammeln, weil damit kommt ihr dem Sieg eher näher. Ihr könnt den Gegner nicht dadurch besiegen, dass ihr irgendwie seine ganzen Kreaturen oder Charaktere kaputt macht. Nein, ihr könnt den Gegner im Prinzip nur besiegen, indem ihr ihn dazu bringt, entweder, dass er keine Karten mehr ziehen kann oder indem ihr einfach schneller als er eure 20 Punkte voll habt. Und das ist das Spielprinzip von Lorkana. Natürlich ist das jetzt nur sehr runtergebrochen und auch sicherlich nicht ganz so gut erklärt, aber es gibt sicherlich Videos, die das viel besser erklären. Ich wollte euch nur einen kurzen Überblick geben und euch sagen, warum ich das so cool finde. Und wir hatten es ja vorhin schon, die sind ja clever, die von Ravensburger. Die fixen euch ja direkt an mit einem Booster. Und dieses Booster, das wollen wir jetzt natürlich auch auspacken. Das Booster, was im Starterdeck direkt mit dabei ist, damit auch jeder versteht, hey, ich kann mir zusätzliche Karten kaufen. Ja, das Starterdeck, da ist nicht, ja, Schicht im Schach. Es geht darum, mehr Karten zu haben, mehr Karten zu sammeln. Das ist also so ein Booster, da sind immer zwölf zusätzliche Karten drin. Ich glaube, eine Holo-Karte, eine Foil-Karte ist immer garantiert, ja. Und wir gucken einfach mal, was für ein Glück ich mit diesem Booster habe. Hier noch nicht immer ganz so leicht zu öffnen. So, wir schauen mal. Ah, da haben wir erstmal Timon. Ja, Timon, wir sehen jetzt, der ist jetzt Farbe Bernstein oder Gelb-Orange, Ocker, wie auch immer ihr das nennen wollt. Einmal haben wir Timon. Dann haben wir Naseweiß in Violett. Wir haben nochmal Peter Pan, den hatten wir auch im Starterdeck drin. Mickey Maus-Detektiv, die Karte hatte ich euch vorhin, glaube ich, auch schon gezeigt. Noch ein anderer Peter Pan, jetzt als furchtloser Kämpfer. Und auch wieder ein cooles Artwork, oder? Aladdin, Schwertkämpfer in Bedrängnis, auch ein sehr nices Artwork. Könnte direkt aus Kingdom Hearts stammen. Er schreibt gleich, ich komme! Ja, und jetzt in Stahl, beziehungsweise grau. Dann Elsa, die Eiskönigin in Violett. Auch sehr schön. Die haben so ein magisches Buch noch dabei. Finde ich cool. Nochmal der verrückte Hutmacher, den hatten wir vorhin auch. Zepter von Arendelle. Ah, das ist hier dieses Kronzepter zur Krönungszeremonie. Captain Hook, Kapitän der Jolly Roger. Auch ein neues Artwork, finde ich cool. Lilo. Oder wie ihre Schwester sie nennt, Lilo. Wünscht ihr was? Und Mickey Mouse. Ja, schau her. Und das ist eine Holo-Karte. Mickey Mouse als Holo-Karte. Ihr seht es, der Hintergrund, ne? Der ist reflektierend. Cool. Ich weiß nicht, ob die Karte was wert ist oder nicht. Aber so ein Mickey in Glitzern zu haben, das ist doch cool, oder? Nice, 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 nice. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist irgendwie so eine QR-Karte. Keine Ahnung. Jetzt könnte ich natürlich die Karten, die zu meinen Farben passen, nämlich grün und rot, die könnte ich direkt in das Deck einfach mit reinpacken. Weil ich habe ja unendlich Luft nach oben. Also es gibt bisher noch kein Limit, soweit ich weiß. Das heißt, ich kann nicht direkt in mein Deck reinpacken, passend zu den Farben und so weiter und so fort. Ich könnte natürlich aber auch mir mit den anderen Farben dann entsprechend andere Decks bauen, das anders miteinander kombinieren und so. Und da sind eurer Fantasie wenig Grenzen gesetzt. So, da ich aber vermute, dass natürlich die besten Karten im Spiel in solch einem Display sich verstecken und auch die wertvollsten Karten, wenn ihr mal schaut auf Ebay oder auf Cardmarket, gibt es einige Karten aus diesen Sets, die ihr aus dem Booster ziehen könnt, und die schon direkt mehrere hundert Euro wert sind. Das heißt, ihr könnt richtig Glück haben und eine Karte hier rausziehen, womit ihr den Preis doppelt und dreifach wieder drin habt. Ist natürlich ein bisschen Glücksspiel, ist das Gacha-Prinzip völlig klar. Und das ist etwas, was ich normalerweise auch immer sehr verurteile. Aber es macht halt verdammt viel Spaß. Und ich selber gucke mir auch gerne einfach Pack-Openings von anderen Leuten an, die Yu-Yi-Oh! Karten oder sowas auspacken. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht, warum nicht euch das mal gönnen? Ich packe für euch dieses Locana-Display jetzt aus. Das ist ein Locana-Display, zwölf Karten pro Booster und hier drin sind 24 Booster-Packs. Ihr seht, das wurde auch noch nicht geöffnet. Hier die Lasche, die ist noch dran. Und hier diese, ja, dieses zum Ausstanzen. Das ist auch noch nicht offen. Ich bin gespannt, was ich rausziehe, ob ich hier wertvolle Karten drin habe oder nicht. Weg damit. Und wir wollen natürlich auch hier diese, na komm, wenn schon, denn schon. Wir machen das wie im Kiosk. So, dann können wir das hier so umfalten. Können wir das hier so reinstellen. Genau, guckt euch das mal an. Tada! Nice, 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 nice. So. Und das packen wir jetzt aus. So, dann fangen wir mit einem Pack an. Hier ist Elsa drauf. Das muss natürlich aber nicht heißen, dass nur weil Elsa da drauf ist, die entsprechend auch eine Elsa-Karte da rauszieht. Das hat nichts zu bedeuten. Und wir gucken. Wir haben einmal Freunde im Schattenreich. Mac. Fabius. Search and Tips. Der Dinglehopper. Der gute alte Dinglehopper. Captain Hook. Wer bin ich? Liedformular. Tamatoa. Wer ist das denn? Ach, der ist hier von, ähm, der ist von, äh, Vajana. Diese Krabbe. Gramatala. Die Dorfverrückte. Mickey Mouse als Musketier. Ach, sehr cool, finde ich, oder? Es sieht sehr nice aus, diese Karte. Finde ich sehr, 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 sehr cool. Stitch. Sorgloser Surfer. Sieht auch cool aus. Jetzt bin ich gespannt, was für eine Foil-Karte drin ist, weil ich meine, es ist immer eine garantiert. Und wir haben Cerberus. Oh, das ist wieder hier so eine Dingsbums. Aber, oh, guckt euch den mal an. Der ist nice. Den finde ich sehr cool. Cerberus. Immer wachsam, immer wütend, immer im Kampf um den Ball. Ja, immer das Aktionscommand Spam mit den King of Hearts 2, damit man da irgendwie durch den Bosskampf kommt. Okay, cool. So, die Karten, die voll sind, die packe ich mal hier oben hin. Machen weiter mit dem nächsten Pack. Direkt weg damit. Jaffa. Hinterhältiger Hexer. Herzog von Pitzbühel. Malefiz. Böser Besuch. Finde ich auch sehr cool, die Karte. Hatte ich aber auch schon im Starterdeck drin. Aladin hatten wir gerade schon. Minimaus. Geliebte Prinzessin. Christoph. Offizieller Eismeister. Du hast mich vergessen. Simba, du hast mich vergessen. Eine Aktionskarte. Lilo. Galaktische Heldin. Ach, guckt mal hier zum Beispiel. Lilo aus Lilo und Studges in dem Raumanzug. Das meine ich. Das sind komplett neue Ideen und komplett neue Artworks. Das finde ich total nice. Vajana vom Ozean auserwählt. Boah, guckt euch mal das Artwork an. Das finde ich ja richtig schick. Das finde ich richtig cool. Richtig nice, oder? Ich finde das mega cool. Dr. Fassiliar, oder ich weiß gar nicht, wie ihr ihn ausspricht. Der ist von Küsschenfrosch. Nochmal Stitch. Starke Karte. Und ich bin gespannt, was ist meine Foilkarte? Das ist... Mach es nochmal! Aktion. Von Cinderella. Das ist meine... Meine Holokarte hier. Die böse Stiefmutter. Ja. Auch cool. Nächstes Peck. So. Einfrieren. Einfrieren. Auch ein schönes Artwork. Aktion. Grauenhafter Verrat. Donald. Stolziert umher. Ich weiß nicht, auf was Donald da reitet. Es ist so eine Art selbstgebastetes Boot. Kanu-Mack-Gandem-Ding. Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht cool aus. Nice. Cool. Gefällt mir. Auch das gefällt mir sehr. Er hat ein Schwert. Pumba. Sehr schön. Auch ich war ein kleines Schwein. Auch ich war ein kleines Schwein. Bravo. Grazie. Spiegel des Biestes. Aha. Aha. Rafiki. Auch hier Rafiki. Als so eine Art Magier in so einer Magierrobe. Finde ich mega cool einfach. Finde ich wirklich mega cool. Dr. Faciliers Karten. König Triton. Uh. Guck mal. Der ist stark. Der kostet. Der kostet sieben. Kann zwei Lore holen. Aber der hat sogar neun Verteidigungen. Der ist richtig stark. Das ist ein Banger. König Triton. Maurice. Weltberühmter Erfinder. Ist das der Vater von Bell? Ich glaube ja. Ich glaube es ist der Vater von Bell. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Falls ihr es wisst. Oh. Robin Hood. Auch sehr schönes Artwork. Die würde in Holo sicherlich sehr cool aussehen. Denke ich mir. Das Biest gehört mir. Als Holo. Uh. Nice. Das sieht sehr cool aus. Hier mit Gaston und diesen ganzen Wirbeln. Uh. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Das ist wieder so ne. Andere Karte. Die kann man glaube ich auch irgendwie dann. Das ist die erste. Die nicht dieses Motiv hat. Ich habe bisher nur diese Karten gehabt. Die kann man so zusammenlegen irgendwie. Aber ob das irgendwas bringt. Keine Ahnung. Ja. So. Nächstes Pack. So. Die Karte packen wir natürlich direkt weg. Uh. Noch eine Malefiz. Hexerin. Auch ein schönes Artwork wieder. Also ich sage die ganze Zeit glaube ich bei jeder Karte auch was für ein schönes Artwork. Nase weiß. Aber ich finde die auch wirklich einfach nice. Und gerade dieses Beispiel mit ähm. Hier die goldene Blume von Rapunzel. Ähm. Das Beispiel mit Donald gerade wieder. Ja das ist so. Das ist eine vollkommen neue Idee. Habe ich so bisher noch nie gesehen. Äh. Oder hier guck dir das an. Goofy. Goofy in einem verdammten Wingsuit. Draufgänger. Alter. Keine Ahnung was Goofy da macht. Goofy als Spider-Man? Ich weiß es nicht. Das sieht cool aus. Ich habe keine Ahnung was es ist. Aber es ist mega. Ich mag das total. Dass die alle neue Designs haben. Dass das neue Ideen sind. Und ich kenne mich mit Disney glaube ich relativ gut aus. Relativ sage ich. Dann frage ich mich. Hä wir sind ja Charakter. Ich kenne mich glaube ich relativ gut aus. Aber ich habe das noch nie zuvor gesehen. Und das finde ich mega cool. Das ist neu. Ja hier wurde richtig Aufwand. Teilweise in die Karten gesteckt. Und halt nicht so wie das zum Beispiel bei anderen Trading Card Games ist. Die dann rauskommt wo du einfach Screenshots aus dem Anime hast oder sowas. Oder einfach nur die Artworks von den Spielen die es schon immer gab. Das finde ich dann super lazy. Aber hier wird sich wirklich Mühe gegeben. Oh Vajana. Die war auch in dem einen Starter Deck drin. Dann als Holo Karte halt. Hier ist sie nochmal als Nicht-Holo Karte. Aber welche Holo Karte haben wir? Gleich. Es ist. Oh. Das ist Scrolladaville. Ich habe mich verguckt. Jetzt kommt erst die Holo Karte. Ja. Auch hier. Das ist. Die beiden sind eigentlich Karten. Die im Deck drin waren als Foils. Und sind jetzt halt als normale Karten drin. Also ihr könnt natürlich jede Karte die im Starter Deck drin ist. Das meine ich auch aus den Boostern ziehen. Archimedes. Archimedes. Das ist die Eule von Merlin meine ich. Ja. Oh guck mal der sieht auch sehr nice aus. Sehr nice. Sehr nice. Sehr nice. Ich muss mir hier ein bisschen Platz schaffen. Nicht, dass wir hier gleich keinen Platz mehr haben. Nächste Pack. Nochmal. Freunde im Schattenreich. Natürlich hat man da jetzt auch jede Menge Karten, die doppelt sind, mit dabei. Das ist ja logisch, wenn man sich so ein ganzes Display holt. Aber, wie gesagt, ihr könnt ja jede Karte bis zu viermal spielen. Sehr cool. Nase weiß in so einer selbstgebauten Rüstung hier irgendwie. So aus, ja, einem Fingerhut und so. Finde ich auch sehr cool. Ihr könnt jede Karte bis zu viermal im Deck drin haben. Deswegen macht es auch nichts, wenn ihr die doppelt habt. Olaf. Freundlicher Schneemann. Ich bin Olaf und ich liebe Umarmungen. Jamba Jokiba. Okay, ich hatte keine Ahnung, wie der Professor, der Stitch erschaffen hat, heißt. Jetzt weiß ich, er heißt Jamba Jokiba. Schnell weg. Schnell weg. Ich kann den Text nicht genau, aber es ist ein cooles Lied. Schnell weg. Abschaum. Oh, die haben mich so genervt im Bosskampf in Kingdom Hearts 1. TK. Oh, hier. Dieser Insel Spirit von Vajana im Rage Mode. Finde ich auch. Sieht sehr cool aus, oder? So, und was haben wir jetzt hier für eine Holo-Karte? Ein Traum wird wahr. Oh. Oh, guck dir das an. Ist das schön. Mit den Fireworks hier. Oh, das sieht nice aus. Das sieht sehr nice aus. Das ist von Aladdin. Ah, nice. Aber das ist nicht in deiner Welt. In deiner Welt ist das eigene Lied, ne? Das ist das Endcredits-Lied, meine ich. Wenn sie dann geheiratet haben. Und Jafar besiegt wurde. Die Zauberbesen. Ein durchbohrender Blick. Ist auch ein Lied. Oh, das Lied kann ich mich gar nicht erinnern. Ich muss, ich merke, ich muss 101 Dimer Tina nochmal gucken. Weil ich kann mich daran gar nicht erinnern, gerade an das Lied. Phil. Regel Nummer 36. Konzentration. Ich würde mir liebend gern so ein Herkules-Deck machen. Herkules ist ja mein Lieblings-Disney-Film. Deswegen würde ich mir super gerne so ein Herkules-Deck machen. Aber ich habe leider noch nicht so viele Herkules-Karten gezogen. Oh, hier, guck mal. Das sieht auch richtig nice aus. Hier das Artwork vom Biest. Ist killer, oder? Also da scheißt sich doch jeder Herzlose in seine Schattenunterhose. Finde ich sehr cool. Die hätte ich gerne in Holo oder so. Oder die halt auch, ne? Die hatten wir vorhin schon, aber ich finde die super, super cool. Nimm von den Reichen. Jasmin. Auch in einem neuen Outfit, meine ich. Auge der Mäuren. Ah, guck mal hier. In 18 Jahren, wie man sieht, stehen die Planeten in Reih und Glied. Auch sehr, 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 sehr cool. Nächstes Pack. Und bisher haben wir noch keine super, super, super seltene Karte gezogen. Ich habe mal geguckt, also ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf, aber wenn man eine Karte zieht, wo entsprechend diese Ränder hier nicht sind und quasi über den gesamten Bereich der Karte Artwork ist, das sind die ganz seltenen und ganz wertvollen Karten. Mal gucken, ob wir vielleicht Glück haben und so eine Karte ziehen. Wir werden sehen. Boom, Baby. Hier haben wir natürlich auch ein Königreich wie ein Lama mit dabei. Oh, Gaston. Ja, auch wieder ein cooles Artwork, finde ich. Hakuna Matada. Diesen Spruch sage ich gern. Hakuna Matada. Aladin, Pascal, die Grinsekatze aus Alles im Wunderland. Belle. Und Belle jetzt auch, wie ihr Vater als Erfinderin. Auch wieder neues Konzept. Finde ich mega cool. Finde ich mega cool. Gerne den King of Hearts einsauen. Stitch als Rockstar. Bääääääää. Auch cool und niedlich. Oh, Hans. Dreizehnter in der Thronfolge. Bekackter Hans, Alter. Ich mag den tatsächlich sehr als Willen, weil es halt noch so untypisch war damals für den Film, dass er der Bösewicht ist. Den haben wir jetzt. Merlin. Merlin als Holokarte, ja. Merlin. Und ich finde das auch sehr cool hier mit seinen magischen Symbolen im Hintergrund, die so leuchten. Sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Jetzt ging mir hier der Platz für die Holokarten aus. Das hätte ich auch kommen sehen können, dass das passiert. Aber so weit habe ich nicht gedacht. So, die erste Reihe ist leer. Ist mal. Sturner Säbel. Aurora. Einwickeln. I've seen enough hentai to know where this is going. Stitch. Zerfetzen. Ah, okay, das war, wenn das Biest eine kurze Wutattacke hatte. Da haben wir noch Mickey Mouse, die hatte ich vorhin in den Feul gezogen. Starkey, Hux Handlanger. Ja, ich wusste gar nicht, dass er einen Namen hat. Tigger. Oh, und Winnie Pudeck wäre auch witzig. Oh, Mutter Gossel. Sehnsüchtige Strippenzieherin. Ich habe gerade was anderes gelesen. Ich habe gerade was anderes gelesen. Die sehnsüchtige Stripperin. Oh, und Naseweiß. Auch als Holo. Mit dem ganzen Feenstaub und so. Sieht das natürlich auch sehr nice aus. Sehnsüchtige Stripperin wäre aber auch nicht nett. Das wäre, glaube ich, so Disney. This ain't Disney. Was auch immer. So, noch eine andere Naseweiß-Dile. Und das ist halt auch cool. Also es gibt halt immer verschiedene Charaktere, auch in verschiedenen Farben. Das heißt, ihr müsst euch vermutlich nicht auf eine Farbe festlegen, wenn ihr aber unbedingt bestimmte Charaktere in euer Deck packen wollt. Die haben da schon genug, ähm, ja, Abwechslung und Auswahl drin, dass ihr, glaube ich, jeden Charakter, den es irgendwie so gibt, auch in einer anderen Farbe bekommt, dass die Karte dann auch in euer Deck gut reinpasst. Oh, Mufasa, das ist eine gute Karte. Abu, freches Äffchen. Nochmal Timon. Oh ja, mit Timon haben wir jetzt schon viermal, ne? Haben wir ein ganzes Playset voll. Sven, oh, der ist auch stark. Ja, guck mal hier, der kostet zwar sechs, aber der hat sieben Verteidigungen, fünf ATK, fünf Angriff, Mutterweiß mehr. Der Kokosnusskorb. Jafar, Hüter der Geheimnisse. Okay, what the fuck? Das ist, das ist übrigens, das ist übrigens Jafar in der Welt von Attack on Titan. Sie sind das Essen und wir sind die Jäger. Was zur Hölle? Ich meine, wie geil ist denn das? Wie geil? Mega cool, oder? Naseweiß, gigantische Fee. Das ist auch cool. Guckt sie euch an. Naseweiß ist ein riesengroß. Das finde ich auch witzig, aber Hilfe. Da ist ganz schön viel Text. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Text auf einer Karte gesehen. Da zucke ich ja nervös, weil mich das in Yu-Gi-Oh! erinnert. Bei mir mit schnellen Schnitten. Miki als tapferes Schneiderlein. Scheinbar eine Aktionskarte. Auch wieder jetzt eine Holo. Hübsch, hübsch, hübsch. Nice. Ich würde mich ja darüber freuen, wenn ich wirklich zumindest eine von diesen ganz, ganz seltenen ziehen würde. Aber die sind wahrscheinlich auch so unfassbar selten, dass die Chance sehr gering ist. Und deswegen sind die wahrscheinlich dann auch entsprechend so teuer, dass die eben nicht jeder mal eben so zieht. Aber wäre natürlich trotzdem cool, wenn ich so eine ziehen würde. Aber selbst wenn ich keine ziehe, bin ich glaube ich jetzt schon damit zufrieden, weil da endlich sehr viele coole Karten mit dabei sind, die mir auch vom Artwork einfach sehr gefallen. Sebastian, Hofkomponist. Ariel. Nochmal Cerberus in Nicht-Holo. Prinz Philipp. Wuchtschlag. Marshmallow Smash. Drachenfeuer. Mickey Mouse. Eigenwilliger Zauberer. Auch der war vom Starterdeck vorne drauf. Als Schlüsselkarte quasi. Oh, Rapunzel. Begnadete Heilerin. Das Artwork ist auch sehr schön, oder? Das sieht sehr nice aus. Leider keine Holokarte. Aber die Holokarte aus diesem Booster ist... Mulan. Kaiserliche Soldatin. Bringst du Ehre für das Haus. So, Mulan. Drückt mir die Daumen. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, welche Kase ihr bisher am coolsten fandet. Welches Artwork ihr bisher am coolsten fandet. Sporrender Blick. Haben wir nochmal Donald. Mit seinem komischen Mac. Kufi mit seinem komischen Wingsuit. Hakuna Matata. Naso weiß. Oh, Anna. Eine Anna-Kase habe ich bisher auch noch gar nicht gesehen. Aber natürlich. Wenn es Elsa gibt, muss es auch Anna geben. Und Sven und Olaf und sowieso. Natürlich muss es Anna geben. Verrückter Hutmacher. Tui. Nicht der Reiseveranstalter. Nein. Der respektierte Anführer. Ja. Guck mal. Iago. Großmülliger Papagei. Oh, Ariel. Hübsch, hübsch, hübsch. Krimskram-Sammlerin. Und Peter Pan. Auch nochmal in Holo. Ja. Hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Hätte ich auch im Starterdeck drin. Aber jetzt nochmal in Holo. Ich weiß gar nicht, ob es jede Karte aus dem Set in Holo geben kann oder nicht. Das weiß ich gar nicht. Wäre natürlich ein Albtraum für jeden Sammler, der dann wirklich jede Karte in jeder Rarity-Stufe haben möchte. Wenn es wirklich jede Karte in Holo geben kann. Dr. Fassilier, Horace, Jasmin. Elsa, Eissurferin. Auch eine schöne Idee. Halten Sie ihr Temperament im Zaun. Simba, zukünftiger König. Auch schönes Artwork, oder? Sehr schön. Ich könnte bei den meisten Karten Vollbild quasi und dann ausdrucken und an die Wand hängen. Könnte ich fast machen. Ich finde die echt so schön. Teilweise. Aber hier haben wir ihn wieder. Sehr nice. Simba, zurückgekehrter König. Uh, was ist das denn? Biest. Schrecken der Wölfe. Okay. Wenn das Biest irgendwie, weiß ich nicht, sich linksrobe umstülpt. Ja, und er zum Robin Hood Kämpfer im Wald wird. Das ist doch badass, Alter. Das ist doch ziemlich badass. Nice. Und ein Dingelhopper. Ein Dingelhopper in Holo haben wir auch noch. Mehr Schaum. Und abschauen wir aber auch. Genie. Stets eindrucksvoll. Es sieht aus wie der Riddler einfach. In diesem grünen Outfit. Soll das Geld sein? Moneten quasi? St. Patrick's Day? Ich weiß es nicht. Er sieht ein bisschen aus wie der Riddler. Der Riddler-Genie. Entwickle dein Gehirn. Ja, das wäre ganz gut. Bei mir ist der Zug abgefahren. Ich kann mein Gehirn nicht mehr entwickeln. Heilendes Leuchten. Ah, hieß nochmal Herkules als wahrer Held. Ich möchte mehr Herkules-Karten haben. Ich möchte ein Herkules-Deck haben. Elsa. Flynn Rider. Auge der Mäuren. Seid bereit. Oh, das Lied von Scar. Auch ein schönes Artwork. Marshmallow. Und? Ursulas Kessel. Dieses Scheiß-Ding kennen wir alle aus Kingdom Hearts 1. Ich glaube, das ist der abgefuckteste Bosskampf, den es in Kingdom Hearts 1 gibt. Der gegen Ursula und ihren Scheiß-Kessel, alter Schwede. Boah. Okay. Und das ist auch so ein Ding. Also, fingers crossed, dass die vielleicht irgendwann auf die Idee kommen, nochmal wirklich Kingdom Hearts Karten für dieses Spiel zu machen. Dann rasse ich völlig aus. Das wäre so geil. Stellt euch mal vor, offizielle Sora Kingdom Hearts Karten hier in dem Spiel. Das wäre mega. Stattdessen haben wir aber erstmal die MME-Kommode. Mademoiselle-Kommode? Oder was heißt das? Wofür steht MME? Ich weiß es nicht. Aladin, Prinz Ali, Merlin, Minimaus. Hatten wir bisher auch noch nicht. Sebastian. Aladin. Cinderella. Durchwühlen. Ja, ich durchwühle hier die Booster. Nochmal Donald. Der aufbrausende Vogel. Lass jetzt los. Let it go. Let it go als Lead. Muss es ja sein, ne? Auf Deutsch. Lass jetzt los. Das ist, glaube ich, Let it go dann jetzt, ne? Das ist cool. Let it go. Aber die sieht in Holo sicherlich auch cool aus, wenn man sie in Holo hätte. Aber es ist keine Holo. Oh, Zeus, Gott der Blitze. Das sieht badass aus. Das ist richtig cool, oder? Aber leider auch nicht Holo. Welche Holo-Karte haben wir? Wir haben Minimaus. Nochmal Minimaus als Holo. Warte mal, war die jetzt in demselben Booster drin? Ich glaube. Das heißt, man kann auch Karten... Guck mal, ich glaube mit Aladin hat das angefangen. Ja. Sie war im selben Booster drin. Das heißt, man kann auch Karten, die man im Booster gezogen hat, trotzdem nochmal als Holo haben. Im einen und demselben Booster. Ich habe natürlich, was ich gerade gesagt habe zu Kingdom Hearts, natürlich diese Deckmatte schon entworfen. Mit dem Gedanken, dass vielleicht, oder der Hoffnung, dass irgendwann Kingdom Hearts in dieses Spiel mit reinkommt. Aber man wird sehen, ob das passiert oder nicht. Elsa. Ich würde fast vermuten, dass sie eher Kingdom Hearts in das eigene Final Fantasy Kartenspiel mit einbauen. Aber wie gesagt, das finde ich halt nicht cool, weil sie da einfach Copy-Paste von den Artworks machen. Und sich quasi wenig Mühe geben, gefühlt. Simba. Christoph. Olaf. Das Biest. Omatali. Oder Tala. Oh, guckt mal hier. Hades, König des Olymp. Was wäre, wenn Hades tatsächlich gegen Herkules gewonnen hätte? Dann wäre er König des Olymp geworden und würde dann auch so krass anders leuchten. Mega cool, Mann. Genau sowas meine ich. Das liebe ich. Richtig geiles Artwork, Mann. Richtig cool. Dann Maximus und Holo-Karte ist in deiner Welt. In deiner Welt. Ne, falsches. Falsches Lied. Ich denke gerade, in deiner Welt von Aladin. Aber das ist ja, siehst du, ich komme hier mit den Liedern durcheinander. Entschuldigung. Aber hier auch. In Holo. Sieht auch sehr cool aus. Sieht auch sehr, 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 sehr cool aus. Meine Güte, da kann ich mir meine Decks aber richtig umbauen. Oder mein Deck. Ich habe mir zwar alle drei Start-Decks geholt. Aber eins davon ist natürlich für meine Freundin. Die das mit mir spielen muss. Ich zwinge sie. Einfrieren. Kustullner Säbel. Entwickle dein Gehirn. Abu. Pumba. Simba. Nochmal Ursulas Kessel. Damatoa. Zepter von Arendelle. Die Königin. Guckt mal. Die böse Königin von Schneewittchen. Hatten wir bisher auch noch nicht. Ein Traum wird wahr. Und was ist unsere Holo-Karte? Oh, Malefiz. Mit den Blitzen hier. Das sieht nice aus. Das sieht sehr nice aus. Ja. Guckt ihr das an. Cool, 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 cool. So. Wir sind jetzt beim letzten Stapel aus dem Display. Ziehen wir noch. Ziehen wir noch eine ultra, ultra krass seltene Karte. Also wie gesagt. Ich bin jetzt schon zufrieden. Ich finde cool, was ich gezogen habe. Aber wenn du schon dir so ein ganzes Display besorgst, wäre es natürlich nice, wenn du da noch so eine Karte ziehen würdest, die so ultra, ultra selten ist natürlich. Peter Pan. Peter Pan. Noch mal Mickchen aus dem Detektiv. Peter Pan. Smee. Smee hatten wir auch noch nicht. Aber hier ist es Herr Smee. Loyaler erster Mat. Passend dazu. Captain Hook natürlich. Ariel, aber verstummt. Das ist auch cool. Dieser Charakter kann nicht erschöpfen, um Lieder zu singen. Das heißt, sie kann keine Lieder singen als Charakter. Weil sie hat ja keine Stimme. Das ist ja die verstummte Ariel. Cooles Detail, oder? Finde ich einfach. So, dann haben wir hier einen Kronk. Mit schnellen Schnitten. Die hatten wir vorhin als Holo. Schwert der Wahrheit. Wappenrock der Musketiere. Und unsere Holo ist... Phil. Phil noch mal als Holo. Cool. Das sieht auch nice aus. Der ganze Müll, den ich hier produziere. Einfach mit den... Mit den Plastikhüllen der Packs. Abschaum. Horus. Teamwork. Pongo. Hey, hey. Prinz Erik. LeFou als Tollpatsch. Bratpfanne. Die gute alte Bratpfanne. Das ist ja auch die Waffe von Rapunzel in Kingdom Hearts 3, meine ich. Schild der Tugend. Ska. Drahtzieher. Obel. Eine ganz besondere Mademoiselle. Und unsere Holo-Karte ist... Pumba. Pumba als Holo-Karte. Oh, der sieht, finde ich, jetzt nicht ganz so nice aus in Holo. Da gibt es andere. Da hätte ich zum Beispiel lieber Belle jetzt gehabt als Holo. Ich glaube, die würde in Holo nicer aussehen als Pumba. Aber... Aber... Ich will mich jetzt auch nicht beschweren. Habt ihr euch denn schon lokaler Karten geholt? Was spielt ihr denn für ein Deck? Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Kommode. 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 Herzog von Pitzbühel. Da haben wir noch einige Disney-Prinzessinnen hier mit dabei. Macht ja auch Sinn. Ja. Wobei ich nicht unbedingt eine Prinzessinnen-Deck spielen möchte, weil dieser ganze Waifu-Kram bei Yu-Gi-Oh mir ziemlich auf die Nüsse geht. Dann wäre es ja dämlich, wenn ich jetzt eine Prinzessinnen-Deck spielen würde hier. Jaffar, hinterhältiger Hexer. Auch mit dem... Wieder so ein neues Konzept, ne? Ein cooles Artwork, finde ich. Weil so hat man Jaffar, meine ich, in Aladdin noch nie vorher gesehen. Prinz Ali. Jasmin. Das ist aber ein Aladdin-Booster hier, ne? Nein, da kommt Elsa, die Eissurferin. Heilendes Leuchten. Aladdin. Goofy als Musketier. Übrigens. Zu der Karte gibt es ja die Sonderedition quasi. Das ist ein und dieselbe Karte. Das ist beides dieselbe Karte. Die habe ich aus der Booster-Karte gezogen, aber die hier, die ist von der Gamescom. Der einzige Unterschied ist, dass die halt englisch ist und dass hier unten das Logo von der Gamescom drauf ist und hier das normale von der Karte. Und nur weil hier unten ein anderes Logo drin ist, ist die Karte, glaube ich, irgendwie 80 Euro wert oder sowas. Weil ist halt selten. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch. Aber die habe ich bei der Gamescom mitgenommen. Gab es da an dem Stand. Cool, dass sie die ausgeteilt haben. Aber ich finde es an sich einfach absurd, dass Karten dann halt entsprechen, obwohl sie ja zu 90% gleich ist, nur wegen diesem Unterschied direkt so einen krassen Wertunterschied haben. Aber nun gut. Goofy als Musketier. Lilo. Drachenfeuer. Nehmt das Schwert. Genie bei der Arbeit. Und Abu. Das freche Äffchen. Und ich finde es auch cool, dass schon sehr viele Disney-Filme drin verarbeitet wurden in dem Kartenspiel. Aber natürlich kommen noch oder werden noch wahrscheinlich viele, viele weitere Karten rauskommen, wo dann wirklich jeder Disney-Film irgendwann mal irgendwie da behandelt wurde. Es sind zwar schon viele da, aber es fehlen natürlich auch noch viele Disney-Filme. Ich habe zum Beispiel noch nichts gesehen von Schatzplanet, glaube ich. Habe ich noch nichts gesehen. Ich habe noch nichts gesehen. Oder nur wenig halt. Relativ wenig gesehen. Von Donald, Goofy und Mickey an sich. Ich habe noch nichts von Bambi gesehen. Also Dumbo habe ich noch nicht gesehen. Es gibt noch viele Sachen, die man da machen kann. Und irgendwann fangen sie vielleicht auch an mit den Pixar-Charakteren auch noch und den Pixar-Filmen. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wer bin ich? Alles Karten, die wir bisher schon hatten. Flynn Rider. König Triton nochmal. Cool. Uh. Malefiz. Auf der Lauer. Die ist aber leider schwach. Die Karte ist nicht ganz so stark. Hat nur eins jeweils. Wobei sie kann zwei Quest-Marker holen. Aber ich finde die Artwork mega nice. Oder? Ich finde die Artwork mega cool. Der vergiftete Apfel von Schneewittchen. Hatten wir auch noch nicht. Und die Holo-Karte ist... Entwickele dein Gehirn als Holo. Sieht auch cool aus, meine ich. Von Merlin. König Arthus. So, nur noch drei Packs. Ich glaube, ich ziehe keine ultra-seltene Mega-Karte mehr. Das würde mich jetzt sehr überraschen mit den letzten drei Packs. Aber, wie gesagt, ich bin auch so zufrieden. Also. Genie als Riddler. Aurora. Sergeant Tips. Stitch. Hercules. Maximus. Starkey. Entfacht das Feuer. Mit Lefou. Lilo Aladin, Heldner für Badit Nochmal War ja die Karte vom Deck Die Holo-Karte, jetzt als normale Karte Und ein anderer Aladin Als Holo Der Schwertkämpfer in Bedrängnis Ja, Kosten 2 Kann aber auch schon 2 Questmarker holen Ja, nicht verkehrt Nicht verkehrt Vorletzte Pack Archimedes Naseweiß Merlin Gaston Herr Smee Spiegel des Biestes Pascal Grinsekatze Belle Maui Oh, der ist stark Guckt ihn euch an Und sieht auch cool aus Nettes Artwork von Maui Ja Plasma Kanone von Stitch Und Nehmt das Schwert Als Holo Nehmt das Schwert als Holo Und ich glaube ich habe bisher auch Keine Ne, ich habe keine doppelte Holo-Karte So, das hier ist das letzte Das letzte Pack Ist leer, ist alle dann, ja Das hier ist das letzte Pack Ziehen wir hier noch eine ultra seltene Karte raus Ich glaube nicht Aber wir schauen mal Und wir haben hier Malefiz Peter Pan Phil Minimaus Dinglehopper Zerfetzen Sei hier Gast Simba Tigger Dr. Fassilier Oder Dr. Fassila Aurora war aus dem blauen Deck Ähm Die, die Signature Card Jetzt auch nicht Holo Und Letzte Holo-Karte für heute Was wird's sein? Was wird's sein? Simba Rechtmäßiger Thronfolger So Das sind die ganzen Holos Leider keine ultra, mega, hyper Seltene Special Karte Aber Trotzdem Sehr coole Sachen dabei Sehr schöne Sachen dabei Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare Welche Karte ihr vom Artwork hier Am besten fandet So Das ist Disney Lorkana Ähm Ich bin sehr zufrieden Mit meinem Mit meinem Display Ich finde Ich hab coole Karten gezogen Da sind ein paar Richtig schicke Sachen bei Und ich werde sicherlich auch jetzt Mal Mein Karten-Deck entsprechend umbauen Ups Man sieht Ich bin nicht der Beste im Mischen Aber Äh Ja Was haltet ihr von Lorkana? Ähm Wie findet ihr das Kartenspiel? Wie findet ihr die Karten-Designs Und so weiter? Habt ihr da vielleicht auch Bock drauf? Wie seht ihr das? Schreibt mir das doch mal In die Kommentare Und Wie gesagt Das nächste Kingdom Hearts Video Kommt bald Und nur zur Info Ich wollte jetzt einmal Alle Leute abholen Weil hier hab ich die meiste Reichweite Auf diesem Kanal Wenn ich in Zukunft Nochmal Lorkana-Karten Kaufen sollte Um sie euch zu zeigen Dann werde ich das natürlich Auf dem Zweitkanal machen Bacon sagt geiler Scheiß Das heißt Falls ihr den noch nicht abonniert habt Und ihr daran Interesse habt Checkt den mal aus Bis zum nächsten Mal Sag ich Vielen Dank fürs Zusehen Tschö mit Ö Hauen sie bei uns Und may your heart Be your guiding key Und ich spiel's noch Ne Runde Lorkana Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020